ein seelenpartner und du herzlich willkommen auf dem schönen kanal star child schön dass du da bist schön dass du eingeschaltet hast jetzt zu einem weiteren seelenpartner liebes orakel ist wunderschön mache ich ab und zu mal vielleicht einmal in der woche oder alle zwei wochen mal weil es eben einfach ein ganz besonderes thema ist dass man sich da mal anschauen das ist auch ein ganz besonderes wichtiges thema und deswegen möchte ich mich jetzt auch mal an der stelle für diese vielen vielen buchungen bedanken zum thema seelenpartner weil ich eben auch immer sage wenn du dir sicher bist du hast einen seelenpartner und da geht irgendwie nichts voran dann kann das tausend verschiedene gründe haben und gerade bei so einem thema ist natürlich super wichtig mal zu schauen was ist denn ganz besonders bei mir los was ist denn bei mir zu sehen was ist das für ein seelenpartner was haben wir anzuschauen was haben wir aufzulösen wieso geht nichts vorwärts woran liegt denn das jetzt hier eigentlich weil du weißt ja sicherlich ja so hoch du steigen kannst du umso tiefer kannst du auch fallen wenn sie mit der seelenpartnerschaft irgendwie nicht so richtig funktioniert deswegen ja vielen vielen dank nochmal für diese ganzen buchungen jetzt zum thema seelenpartner weil ich halt auch immer sage wenn du mit so einem video hier nicht in wirklichen resonanz gehst dann lass es mal für dich persönlich anschauen weil es einfach ein super wichtiges thema ist aber wir wollen natürlich jetzt hier mal reinschauen auch in der kollektivenergie achte bitte auf dich ob du jetzt in resonanz gehst damit oder nicht ob das dein thema ist was wir jetzt gleich in den karten sehen werden und da würde ich sagen wir schauen uns das mal an ich bin gespannt machen wir jetzt und dazu ja mache ich mich auch mal ein bisschen kleiner patrick geht in die ecke rein und dann brauchen wir natürlich auch ein bild mal schauen wie krumm die kamera hier ist achtung achtung so ist sehr krumm wir wollen mehr tisch so was sagt ihr dazu ob es moment mal klar ist okay so dann wollen wir noch mal meine spartanische männer dekoration hin hinrichten ihr merkt vielleicht ein bisschen leiser mein sohn ist da der schläft gerade noch deswegen ja rede ich mal ein bisschen leiser ihr könnt einfach die wohl die lautstärke etwas hoch drehen so ich würde sagen wir machen dieses reading für die kollektivenergie hier so wie immer wenn du eine sehnpartner reading bei mir buchst ist das immer das große deck mit 136 karten ja weil man da ganz speziell für dich deine ganzen themen mal genauer anschauen aber für hier machen wir wieder meine spezielle lege technik und die schauen uns jetzt natürlich hier oben auch mal an so ich würde sagen wir nehmen immer einfach mal eine themenkarte wir schauen mal die allgemeine energie die allgemeine botschaft jetzt mal an bei euch beiden in bezug auf diese seelenpartnerschaft was gibt es da aktuell zu sehen wieso geht es vielleicht nicht vorwärts wo hemmt und dämmts und hakt und das ist auch schon die erste karte die da gefallen ist ja das sind die liebenden ich habe es letztens glaube ich schon mal auf einem anderen kanal erklärt die lieben denn es ist so eine tarot karte wo man hier erst mal sagt oh wie schön die lieben denn das ist ja mega toll aber man muss hier mal genauer drauf schauen hier sind zwei nackte menschen ja die versuchen sich gerade die hand zu reichen die haben die halten kein händchen hier im hintergrund ist ein berg schwierigkeiten hürden blockaden hier ist eine schlange vielleicht ein falscher einfluss hier ist sind die wolken vielleicht unklarheit die sonne das große glück ist da wird aber irgendwie zurückgehalten also das ist eher so eine karte dafür dass man sagt da gehören zwei menschen zusammen aber sie schaffen es irgendwie nicht sich anzunähern ja irgendwas passt da nicht irgend welche einflüsse gibt es da schwierigkeiten hürden blockaden unklarheiten falsche einflüsse vielleicht ja also da geht es natürlich dann auch mal genauer diese karte anzuschauen was möchte uns diese karte jetzt hier eigentlich sagen also wenn ich mal bei euch in der allgemeinen energie reinschau dann sehe ich hier schon so ein bisschen die energie ja ist gut mit euch passt aber irgendwas steht da zwischen euch da gibt es vielleicht auch wirklich dinge anzuschauen aufzulösen gibt ja seelenpartnerschaften da hat es vielleicht auch mal in einem anderen leben irgendwie nicht so gut geklappt da hat es stress krach streit gegeben einer von beiden hat hier in diesem leben noch so ein bisschen das kam er dabei da muss ich vorsichtig sein da war vielleicht mal irgendwas völlig unbewusst also wie gesagt es gibt ja tausend verschiedene gründe warum es mit dem seelenpartner hier nicht so wirklich funktionieren will aber wir schauen mal weiter was wir das sehen ich bin gespannt und wir haben ja der vogel also wir kommen auch auf das vor in der letzten zeit das ist die vogelperspektive also man muss jetzt hier gerade vielleicht bei euch beiden vielleicht hast du dieses reading genau ja auch jetzt eingeschalten wo es sein soll für dich die dinge mal von oben anschauen also zwei seelen treffen sich wollen vielleicht zusammenkommen da ist die anziehungskraft da völlig klar aber es ist vielleicht auch bei einem der beiden so ein bisschen die die abneigung da oder so eine so eine grundvorsicht die ist jetzt ganz tief in dir drin wenn da so eine karmische sache im spiel ist dass man da vielleicht auch mal von oben drauf schaut und sagt ihr beiden ihr habt irgendetwas anzuschauen ihr habt das aufzulösen und wenn dein seelenpartner der ist der nicht so richtig zieht kann es sein dass er schon auch tief in sich drin irgendeinen karmischen knoten hat den er jetzt mal anschauen und auflösen darf dass es bei euch beiden weitergeht also ist interessant wir schauen jetzt natürlich aber auch mal was die man als nächstes noch für eine karte da ist das kind gefallen so das ist auch gerne mal die karte für einen neuen beginn so also der neue beginn oder der beginn eurer partnerschaft im zehn partner prozess der spielt schon eine rolle und diese obere reihe das sagt mir jetzt schon mal zumindest ganz ganz klar hier gibt es dinge bei euch anzuschauen man muss dann mal von außen von oben drauf schauen vielleicht auch mit einem reading vielleicht auch mit diesem reading dass ihr beiden liebenden jetzt bald mal die möglichkeit habt zusammen zu rutschen aber ich habe gesagt hier bei der karte sieht man es ganz gut da gehören zwei menschen zusammen aber es will irgendwie einfach nicht funktionieren da gibt es immer umstände einflüsse störfaktoren die das ganze so ein bisschen verhindern na also das kind auch schön an der stelle der beginn der neue beginn in eurer partnerschaft dafür muss etwas wichtiges aufgelöst werden wir wollen jetzt aber natürlich mal gucken vielleicht erfahren wir hier im reading noch was denn wir schauen jetzt mal bei ihm rein was sieht man denn da aktuell in der energie in bezug auf euch beide und da brauchen wir natürlich eine karte momentchen okay das ist eine schwere energie da ist eine karte und geflutscht wir wollen gucken welche da ist das passt ganz gut dazu das ist das gericht so und beim gericht da geht es natürlich auch um erlösung ja da sieht man es ja diese menschen die kommen aus ihrer schwarzen kiste hervor oben trötete engel halleluja das gericht neu beginn befreiung erlösung erwachen da geht es auch um eine neue entwicklung neue entwicklung ist ganz gut wenn er gerade wenn es vielleicht bei euch beiden nicht so wirklich vorwärts geht da ist die karte bei ihm an der ecke jetzt ganz gut wenn das für ihn so ein bisschen eingeschlafen ist wenn er sich vielleicht auch zurückgezogen hat wenn er jetzt nicht so wirklich auf dich zukommt ist es diese karte das gericht ganz gut weil es hier eine neue entwicklung gibt ja nein ich sage einfach mal eine erlösung ein erwachen wo er sich vielleicht für sich selber sagt ja moment mal wieso geht es denn da bei mir nicht vorwärts ich fühle mich die ganze zeit so hingezogen so angezogen zu dieser frau aber irgendwie sagt mir mein inneres auch sei mal da vorsichtig oder eben ja was bei männern auch oft der fall ist es sind zu viele gefühle da zu viel gefühle seelenpartnerschaft ist auch was wo der mandat gerne mal sagt na also das ist mir zu viel ich weiß gar nicht was hier los ist ich bin jetzt eh nicht der größte gefühlsdusel da lasse ich mal lieber die finger davon und da haben wir jetzt auch schon eine karte kommt das ist die lupe und die lupe vergrößert eben dinge also wenn ich mal bei ihm reinschauen offensichtlich hat er hier sich dinge schon mal genauer angeschaut ja genauer eingeschaut und gesagt also ich muss hier wirklich mal auf dieses thema mit dir genauer drauf schauen was ist denn hier eigentlich los was bewegt mich was hält mich davon ab warum geht da nichts vorwärts und vor allem vielleicht auch warum komme ich nicht wirklich von dir weg also wenn man nicht wirklich zusammenkommt wenn man auch nicht wirklich voneinander wegkommt und hat da ganz besondere gefühle spätestens dann ist es auf jeden fall wichtig mal für sich selber reinschauen zu lassen warum ist das so und da wird schon der flair einer seelenpartnerschaft mit durch den raum wenn ich merke ich komme von einem menschen überhaupt nicht wirklich weg ich komme aber auch nicht so richtig an ihn ran weil dann gibt es dinge anzuschauen da gibt es dinge zu lösen da schauen wir uns jetzt mal an was man da noch für eine karte kriegen so noch mal von vorne so okay die schlange sehr schön passt an der stelle sehr sehr gut weil die schlange nämlich jetzt absolut als die karte der heilung war die schlange ist die heilung dass man vielleicht hier wieder einmal für sich selber schaut was habe ich denn in mir drin anzuschauen was was passiert da in mir also wenn ich mir seine energien jetzt anschaue sind die eigentlich ganz gut weil hier gibt es eine neue entwicklung und hier schaut einer schon mal auf sich warum habe ich hier komplikationen und schwierigkeiten ist die schlange ja auch und wie kann ich jetzt hier irgendwie mal in die heilung gehen was dich angeht vielleicht kann ich mich irgendwie auch mal fallen lassen vielleicht kann ich der ganze sache auch meine chance geben dass da was vorwärts geht dass da was vorangeht was kann ich denn für mich tun damit das hier funktioniert daher ist der vogel jetzt schon mal wieder eine gute karte gewesen in bezug auf den neu beginn und die beiden liebenden dass er mal guckt ich brauche jetzt hier eine neue entwicklung ich muss hier mal in die erlösung für mich selber hineingehen und ich darf mal gucken was darf ich denn bei mir anschauen wo kann ich denn bei mir am besten in die heilung gehen also das ist auch toll und wir schauen natürlich jetzt auch gleich mal weiter was sieht man denn bei dir da so schön ist okay da ist die herrscherin gefallen das ist natürlich eine interessante karte weil bei der herrscherin geht es natürlich auch immer um das ist eigentlich nicht die die frau überhaupt sagen wir einfach mal so die herrscherin steht für sinnlichkeit erotik wärmereife für so fürsäuglichkeit die steht auch für selbstbewusstsein also wenn ich das wort selbstbewusstsein jetzt mal aufgreifen darf was dich angeht in deinem seelenpartner prozess kann ich absolut wahrnehmen dass du diejenige bist die massiven partnerschaft ernst nimmt ja dass du das wahrnimmst dass du das spürst und dass du da auch deine energie reingibt weil du einfach weißt okay da ist mehr als es sonst ist und da ist auf jeden fall vielleicht auch eine seelenverwandtschaft eine seelenpartnerschaft dual seelenzwillingsseele was es alles so gibt dass du auf jeden fall ja hier das nötige selbstbewusstsein hast du sagst ich bin mir selbstbewusst dass es hier mehr ist als nur ich habe mal einen kennengelernt sondern dass der ganz ganz andere gefühle da sind also die herrscherin bei dir an der seite super karte wo ich jetzt auf jeden fall mal sagen kann dass du auf dem richtigen weg warst und auf dem richtigen weg bist also das ist ja da wo er noch hin muss ja auf diesen richtigen weg dass man er sich auch mal selber anschaut und sagt wo kann ich denn hier in die heilung gehen weil wir wissen ja alle männer sind halt nicht oftmals nicht die größten gefühlt gefühlt musel also wenige männer kommen zu dir und sagen ach du bist meine seelenpartnerin und so weiter also da sind die meisten männer schon so ein bisschen plump unterwegs aber er ist hier in der heilung drin und du hast hier auch noch die welt das ist ja im tarot auch die höchste karte der großen alkaner der kleinen der großen alkaner die welt vollendung harmonie ankommen kreis schließt sich zyklus beginnt also ich sehe schon bei dir an der energie top da ist auf jeden fall alles auf kurs was dich und dein seelenpartner prozess angeht da bist du aber sowas von bereit da kann er sich noch mal eine scheibe davon abschneiden und da haben wir jetzt hier auch noch der klee das ist ja die chance auf wachstum weil wenn ich das richtig wahrnehmen hier im deck ist er noch nicht so weit wie du und daher muss auch noch etwas gedeihen muss auch noch etwas wachsen was wir ja bei ihm eigentlich jetzt auch schon gesehen haben das ist ja hier im prozess da ist er in seinem eigenen prozess drin und sagt ich brauche eine neue entwicklung ich brauche hier mal heilung für mich selber weil ich komme nicht von der frau weg ich komme auch nicht an die frau ran irgendwas passt damit mir in mir drinnen nicht da muss ich mal gucken was das ist eine sehr sehr gute energie eigentlich wir schauen jetzt mal unten was man da noch für karten kriegen seid ihr bereit wir gucken mal so das ist auch ganz toll das sind die drei der kirche drei kirche ja tolle karte freude ausgelassen glück wachstum also es ist eine ganz ganz wunderschöne karte kirche sowieso gefühlt karten an der stelle die drei der kirche sieht man ja die sind da happy die freuen sich die sind zusammen das ist die glücks karte das ist auch die karte fürs wachstum also die energien hier unten jetzt für die nächste zeit sehr sehr schön logischerweise weil wir hier gesehen haben dass er hier eigentlich schon in einem guten prozess drin ist er macht progress er kommt voran ja sagt mein gott ich muss jetzt doch mal was bei mir anschauen ich habe auch noch andere gefühle außer hunger und durst das sind starke starke gefühle okay na gut dann schauen wir mal weiter was wir jetzt da noch kriegen das sind zwei karten gefallen und das ist einmal ja das ist die geldkarte und zwar geht es jetzt natürlich hier nicht um geld das ist auch in der liebe eine karte für viel und für fülle also hier wartet eigentlich schon großes glück auf ihn auf euch in bezug auf euren zehn partner prozess dass ihr auf jeden fall mal einen schritt in die richtige richtung machen könnt wenn ihr hier in seiner heilung drin ist die andere karte die jetzt da noch gefallen ist auch schön dass der schmetterling der steht dafür loslassen und empfangen also wenn man hier so eine gewisse leichtigkeit auch einziehen lässt und sagt okay da ist eine seelenpartnerschaft wir können das zelebrieren wir können das leben wir können das passieren lassen dann können wir aber auch diese nötige leichtigkeit walten lassen und müssen nicht so mit der brechstange dann müssen nicht so dass nicht so dramatisieren man soll eine seelenpartnerschaft auch leben also die seelenpartnerschaft passieren lassen man soll sie genießen das ist ja der hintergrund und der sinn und nicht dass man hier so ja mit so einer verbissenheit mit so einem mit so einer mit so einem engagement dann dahinter ist und sagt das muss jetzt klappen und oh gott wir müssen aufpassen und oje sondern da muss die leichtigkeit her und deswegen ist hier auch die blumen gefallen harmonie schönheit wachstum aufmerksamkeit komplimente selbstwert selbstliebe all das was diese seelenpartnerschaft eigentlich ausmachen sollte liegt jetzt mal hier an dieser karte und da freue ich mich natürlich wenn dieses seelenpartner orakel schön ist dann zeigt es mir natürlich gerne mit einem daumen drauf einen netten kommentar würde ich mich freuen wenn du sagst ich möchte es aber jetzt trotzdem mal für mich ganz genau wissen was denn da bei mir und meinem vermeintlichen seelenpartner los ist dann schreiben wir gerne eine whatsapp nachricht ich freue mich auf deine antwort auf deine nachricht auf deinen kommentar auf deinen daumen drauf hab euch alle lieb bleibt gesund seid lieb zueinander und wir sehen uns ja dann beim nächsten video ciao